Was nennt man ein Schuh? Wir nennen es ein Schuh, aber es ist ein Barefoot-Schuh. Unsere Idee war, das Barefoot-Walking möglich zu machen, ohne zu viel auf das Klima und an die Gefahr, die man da findet, wie Glas oder Scharpfen. Unser Business ist das, dass wir etwas zeigen. Wir zeigen, dass Barfußlaufen möglich ist. Wir geben die Gelegenheit, das auszuprobieren. Und dann entscheiden unsere Kunden, ob sie Kunden werden wollen oder nicht. Das Internet ist jetzt notwendig, weil immer mehr Menschen mit unseren Laguanos in Kontakt kommen. Sie sehen sie irgendwo. Und dann wollen sie auf dem Internet recherchieren. Wir haben .eu genommen, weil wir eine europäische Firma, die in Deutschland und überall in Europa macht. Und dann ist .eu perfekt. Ein Teil unserer Vision ist, dass die Leute eine Surgerung haben müssen. Wir haben ein Millionen Surgerungen für Knie- und Hip-Replacement in Deutschland jedes Jahr. Und das ist meistens wegen der falschen Gelegenheit. Wenn wir gesund werden wollen, wenn wir uns schmerzfrei bewegen wollen, müssen wir wieder lernen, barfuß zu gehen. Das war auch die Intention, die Leguanos zu entwickeln, um das Barfußlaufen zu ermöglichen. Aber das ist speziell nicht mehr. Genau. Es holen Sie sich,